Achim Unger wurde heute mit dem 144. Schuss neuer Schützen für Dichberg Neustadt. Ein dreifaches Horrido. Ah ja genau, der Kranz, der Kranz. Ohje, ohje. Jawoll und noch einmal richtig Action. Königsvogel, der 144. Ja. Dankeschön. Zwei Könige. Das musst du mehr. Sehr, sehr. Das ist ganz kein Mensch. Darf ich jetzt mal? Oh, wie geil. Ich weiß, ich weiß. Herzlichen Glückwunsch, Neukönige. Hallo. Bruno Förster kann auch noch vorgekommen. Komm, fliegt lieber bis der Korps in den Rums reingeht. Hans! Hans! Bei ihm tue ich zwei Patronen hintereinander rein. Ja, mach gleich mal. Eine wird wohl treffen. Ha 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 ha. Das wechseln. So. Wo ist das denn? Du strichst den Korps, denkt was. Ja, wenn ich sag nicht, was. Weg deine Sonnenbrille. Wir machen doch kein Nachtschießen. So. Und dann hältst du genau, wo der Hals in den Rums reingeht. Weißt du? So. Zieh eine wichtige. Genau, ganz genau. Hast du die Fangseile hier für ihn? Ja. Lüste auf unsere rote Karte. Ja. Karnickel-Fanschlag. Halt. Rett drauf. Halt. 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 Das wurde zu. Guck, ne Rekkeine. dai,ucastee fliegelach. hey das ist dieićellschende. Die Züchen dort hat mich nur einen herbst. t deiner Ich bin jetzt hier auf die Scheibe, die sollen jetzt mitten hier draufhauen, dann sehen sie wie die Waffen hier, wie die gehen, weißt du, und dann werden sie das kurz treffen, aber guck mal hier, wenn du so willst, der ganze Wumpf, der ist doch, der hat noch gar einen von hier vorne richtig eingekriegt. Das dauert noch einen Moment. Siehst du das? Eigentlich schön hier vorne rein, genau hier drauf. Da ist ein Bauschaum da, dafür haben sie weg. Genau hier, genau da vorne drauf, Ende. Ich weiß ja, wohin er schießt. Da sind immer gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020